Schönen guten Abend, ich freue mich, dass ich mal in dieser Runde als Naturfotograf auch ein paar Bilder zeigen kann, auch mit Insekten, geht um meinen heimischen Garten, der liegt in Hamburg-Kirchwerda. Der Garten liegt direkt an Wiesen mit Gräben und Ähnlichem und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Frühling, wie wir ihn ja höchstwahrscheinlich nicht so oft sehen, mit Schneeglöckchen, die sich so langsam durch den Schnee durcharbeiten. Dadurch, dass die ja wärmer sind als der Schnee und das Eis, schmilzt um die Schneeglöckchen herum der Schnee weg. Ja, und wenn sie dann da sind, dann gibt es auch noch mal ein paar kalte Tage und wir haben dann noch so ein bisschen Raureif drauf. Das Bild ist so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, das ist auch mehr eine Dokumentation, dass der Admiral also wirklich schon Anfang April da ist oder Ende März. Der wird also nicht hier eingeflogen sein, sondern der muss hier in der Gegend überwintert haben. Ja, nebenbei imker ich noch ein bisschen. Meine Bienen sind also auch wieder fleißig im Frühjahr. Ich habe so zwei bis vier Bienenvölker in meinem Garten stehen und dieses Bienenvolk, da habe ich ein bisschen geschlafen. Da habe ich kein Mäusegitter vorgemacht und da hat sich dann über den Winter eine Maus breitgemacht und hat sich an den Bienen gelarft. Ja, und im Frühjahr blühen dann die Haselnusssträucher bei mir im Garten. Da sind natürlich die Bienen ganz köchterlich dabei und sammeln die Pollen. Und an den Filzmatten, wir haben die hier bei uns in der Gegend, wenn sie sich die Dinger pflegten. Die habe ich früher noch selber gebunden. Die sind also von 30, 40 Jahre alt. Und die Wespen nagen diese Filzstängel ab, um damit ihre Nester dann zu bauen. Hier haben wir die deutsche Wespe. Kann man so noch nicht unbedingt erkennen. Aber wenn man sie dann von vorne sieht, dann lässt sie sich auch bestimmen. Und so hat sie dann so kleine Pakete, die sie dann zu ihrem Nest trägt, um es damit größer zu machen. Hier haben wir dann die gemeine Wespe. Die hat einen etwas anderen Kopfschild. Oder die gallische oder französische Wespe. Ja, alle freuen sich, dass sie da so leicht was abschaben können und das für den Nestbaum benutzen können. Aber auch die Zebraspringspinne mag meinen Garten irgendwie ganz gerne. Die finde ich also immer wieder. Ungefähr fünf Millimeter groß oder klein. Und wenn man sie zu sehr ärgert, dann verschwindet sie dann auf einmal auch. Ja, und das ist von meinem Balkon aus. Das ist ein schöner Birnbaum. Eine Sorte, die mir keiner bestimmen kann. Zum einen finden wir hier auch wieder meine Honigbienen. Aber auch Schwebflügen. Die französische Wespe. Das Tagfrauenauge. Ja, und hier im Garten kann man jetzt schon mal sehen, einmal ein Obstbaum, der blüht. Und hinter der Bank ist diese Schilfmatte. Und da sind die Wespen dann dran. Das ist ein relativ alter Schuppen. Dementsprechend alt sind auch die Bretter, die da dran sind. Und ja, die sind Obstblüten vom Apfelbaum. Auch da haben wir wieder verschiedene Besucher. Mit Wespen, Marienkäfer. In unterschiedlicher Ausfertigung. Ja, die Bienen sind wieder fleißig dabei. Hummeln. Das sind dann Blüten von der Pflaume. Ja, und er passt auf, dass alles in Ordnung ist. Mein Haus- und Hof-Turmfalke. Der brütet beim Nachbarn in der großen Tanne. Ja, und Rasen habe ich zwar nicht, aber ich habe einen Graben. Und an der Grabenkante blühen dann Gänseblümchen. Und da findet man dann häufig auch schon mal den großen Wollschweber. Und an der Grenze zu meinem Grundstück wachsen Schlehen. Hier haben wir auch den großen Wollschweber wieder in der Schlehe. Da haben wir dann auch wieder das Takt-Fahnauge. Schon reichlich abgeflogen vom letzten Jahr noch. Aber auch recht heile Exemplare kann man da noch finden. Hier haben wir eine gelbe Dunkfliege mit einer Verdauungstropfen am Rüssel. Schon eine Spiegelung drin. Aber auch Wildbienen finden wir. Die rutschöpfige Sandbiene. Hier Männchen und Weibchen zusammen. Hier bei der Paarung. Hier haben wir dann die graue Sandbiene. Die sieht zwar aus wie die graue Sandbiene, ist aber die Oh, jetzt habe ich mich vertan. Das erste war das war die Weibensandbiene und das ist die graue Sandbiene. Zu unterscheiden, mal sehen, ob man das mit dem Körser hier sehen kann. Hier dieser dunkene Bereich, den hat die beiden Sandbiene nicht. Die ist komplett grau da. Hier haben wir die hochsgrote Sandbiene. Die finde ich also besonders schön mit Farben her. Und richtig interessant finde ich die Frühlingspelzbiene. Kann man ganz gut an diesem langen Rüssel erkennen. Wie lang der ist, kann man auf diesem Foto vielleicht ganz gut sehen. Die kommt also auch in Blüten rein, wo normal keine andere Biene Zugang findet. Ja, und das sind meine Lieblinge im Garten. Die Waldeidechse. Hier hatte ich ein paar Gewichtplatten hingestellt. Die haben die im Frühling genutzt, um sich da schön aufzuwärmen. Die hier muss irgendwann mal den Schwanz abgeworfen haben, weil sie vielleicht angegriffen worden ist von ihrem Vogel oder so. Einmal in ihrem Leben können sie ihren Schwanz abwerfen. Der zuckt dann weiter und irritiert vielleicht den Angreifer dabei. Ja, und als ich die gefunden hatte, habe ich das Jahr drauf mir einen Totholzstapel angelegt. Und da konnte ich sie dann weiter fotografieren. Den fanden sie ganz toll. Und da kann ich jedes Jahr unendlich viele Aufnahmen machen. Ich habe auch das Gefühl, die sind mittlerweile recht zutraulich geworden. Das Ganze ist also mit einem 60 Millimeter Makroobjektiv gemacht. Und da bin ich in etwa so auf 20 bis 30 Zentimeter dran. Wenn man sich da ganz langsam bewegt, kann man sie a gut beobachten und b auch sehr schön fotografieren. Ja, an den alten Brettern hat man dann auch mal so kleine Begegnungen wie hier mit der Geistblatteule. Auf dem Holz fast kaum zu sehen, also gut getarnt. Hier haben wir die kleine Zebraspringspinne wieder. Auf die ist auf diesem grauen Holz kaum zu sehen. In dem Moment, wo sie sich bewegt, da hat sie dann verloren. Da habe ich sie dann gefunden. Ja, aber wenn man ihr zu nah rückt, dann versteckt sie sich ganz schnell hier in einem Loch, wo vorher mal ein Nagel drin war, der irgendwie abgerostet ist. Da gucken einen dann so zwei große Augen an. Ich finde diese Spinnen traumhaft schön. Wenn man dann ein bisschen genauer in solche Löcher im Holz guckt, dann findet man da auch ganz andere Gesichter von Wildbienen. Wenn man da nicht genau davor sitzt, dann kommen sie dann auch irgendwann mal raus. Bestimmen kann ich die so nicht, aber spannend finde ich das trotzdem. Ja, und auch in der Weinrebel, die ich bei mir dann vor dem Stehen habe, in den abgeschnittenen Zweigen, da stecken sich die Wildbienen dann. Daraufhin habe ich mir dann ein kleines Bienenhotel gebaut. Und da hat man dann nicht nur Bienen, die man da beobachten kann, sondern auch zum Beispiel die Zöpfergrabwespe. Das konnte sie so noch nicht bestimmen, aber als ich sie dann so fotografieren konnte, mit einer Spinne als Beute, die sie dann in diese Röhre eingetragen hat. Da war ich mir dann ziemlich sicher, dass das eine Zöpfergrabwespe ist. Ja, auch die rostrote Mauerbiene ist sehr häufig vertreten. Und wo Bienenlisten sind auch die Gegenspieler nicht weit. Hier haben wir noch mal die rostrote Mauerbiene und als Parasiten die blaue Goldwespe. Ja, und auch ein paar Vögel gibt es in meinem Garten. Hier den Grünfeng, den Gartenrotswanz und auch die Amsel, die ist nach dem Amselsterben hier in Hamburg wieder zurückgekehrt. Das Männchen meldet hier seine Ansprüche aufs Revier an und das Weibchen ist schon fleißig am Brüten. Dann haben wir den Hausrotschwanz. Das Männchen singt fleißig. Feldsperling. Die Feldsperlinge, die baden bei mir gerne im Teich. Wohlmeise. Ja, und auch das Rotkehlchen ist im Frühling fleißig am Singen und bei das Revier zu verteidigen. Hier haben wir noch mal den Hausrotschwanz, den Jungvogel. Hier kann man das auch ein bisschen besser erkennen, der Jungvogel am Schnabel, diese hellen Streifen. Ja, und eben sprach ich schon von meinem Teich. Die Blattbauchlibelle mag den gerne und legt auch da die Eier ab. Das ist das Weibchen hier. Die Eier werden im Fluch abgeworfen und das Männchen beobachtet das Ganze. Ja, eine kleine Ecke gibt es mit Mohn. Da sind dann auch die Bienen und Hummeln fleißig dabei, den Pollen zu sammeln. Ja, das sind noch mal so ein paar Impressionen vom Mohn. Ja, und gleich nebenan habe ich dann eine kleine Entdeckung gemacht. Hier sind dann Blattwestenlarven dabei, schnell zu fressen und das Ganze auch ganz schnell wieder hinten rauszubringen, um ganz schnell zu wachsen. Auf dem Strauch, wo die gefressen haben, fehlten dann doch eine ganze Menge Blätter. Da war nur noch die Gripke da. Ja, und auch meine Bienen sind fleißig. Die tragen viel Honig ein. Hier sehen wir eine Biene, die den Stockduft nach draußen fächelt, damit die ankommenden Bienen dann genau wissen, in welches Volk sie dann einfliegen müssen. Ja, und wenn man dann nicht so richtig aufpasst als Imker, dann passiert dann so was. Dann hat man plötzlich einen Bienenschwarm in seinem Garten, den man dann einfangen muss. Hier nochmal so ein bisschen reinfotografiert in den Quarm selber. Der kommt dann in eine extra dafür angefertigte Kiste. Die Kiste kommt eine Nacht im Keller, damit sie sich wieder beruhigen und dann können sie in neuen Bienenkasten eingeschlagen werden und vermehren sich redlich und sammeln viel Honig. Hier bin ich mir absolut nicht sicher, was das für eine Biene ist. Auf jeden Fall keine Honigbiene. Das ist wieder eine Honigbiene. Das müsste die rotschöptige Sandbiene sein. Und das ist die Garten Wollbiene oder große Wollbiene hier des Männchen. Das ist gut zu erkennen an den drei Zacken am Hinterleib, wo sie jedes Insekt, was auf seine Blüten geht, ganz fürchterlich attackiert und auch schon mal von anderen Bienen oder anderen Wollbienen die Flügel bricht. Sie ist gegenüber anderen Insekten sehr aggressiv, das Männchen. Und den Wolltief, den ich bei mir im Garten gepflanzt habe, den mögen die großen Wollbienen gerne, weil die Fasern davon abnagen und damit dann auch ihre Nester auspolstern. Die Spinne konnte ich leider nicht bestimmen, die hat sich eine Schwebspiebefliege geschlappt. Und die Birnen, die an meinem Birnenbaum wachsen, das sind so viele, dass ich die gar nicht alle essen kann. Da habe ich mir am Ende des Gartens und kleine Ecke gesucht. Diese schönen kleinen Birnen hier sind schon im Sommer reif. Die Stare finden es toll und ich konnte es schön vom Balkon aus fotografieren. Wir haben einen Jungvogel. das ist der Berg, wo das Obst drauf kommt, wo ich das immer hinschütte. Seitdem ich diesen Obsthaufen in meinem Garten habe, habe ich keine Westen mehr auf meinem Balkon, wenn ich Kaffee und Kuchen da stehen habe, weil die sind zufrieden mit dem Obst. Hier haben wir einen Tindling, der da raus wächst. Und hier ist das neue Obst schon drauf geschüttet und die Hornitten und Wespen und Ähnliches finden das ganz toll. Aber auch etliche Fliegen, verschiedene Fliegen lieben diesen Berg, auf dem Pfirsiche und Birnen und Äpfel entsorgt werden. Also da ist immer ein reges Leben. Das ist eine Goldfliege Hier haben wir eine Fleischfliege Und die Hornisse hat sich dann schon mal seine Fliege für ihren Nachwuchs geschnappt Die wird dann ins Nest transportiert Auch der Admiral findet das toll Und da kann man wunderbar fotografieren wenn man sich mit dem Geruch des gährenden Obstes so ein bisschen anfreundet Der ist manchmal dann doch ein bisschen streng Auch die Wespen packen hier große Pakete die sie dann wegtragen Hier haben wir wieder die französische Wespe Man kann als Fotograf auch so ein bisschen spielen wenn man solche Motive hat Aber auch nur zum Beobachten finde ich das unwahrscheinlich interessant Hier haben wir eine graue Gartenwanze die sich auf dem Pfirsich niedergelassen hat Ja und auch der Viralis in größerer Zahl immer mal da Hier haben wir eine Kotwespe die auch auf der Jagd ist nach Fliegen Hier hat die eine erwischt dann manchmal ein bisschen schwierig genau dahin zu kommen wo sich irgendwas ereignet meistens liegt dann immer irgendetwas davor Ja und da freut sich jedes Fotografenherz als Gartenbesitzer ist man dann vielleicht ein bisschen erschrocken wenn man hier dann auf einmal ein Nest von einer gemeinen Wespe sieht aber hier kann man dann auch sehen wo die verschiedenen Stängeln die Westen das abgenagt haben um ihr Nest zu bauen weil es sind doch relativ viele Farben drin und wenn man in die Nähe des Nestes kommt dann werden die Westen auch dann so ein klein bisschen aggressiv und wenn man dann anfängt zu blitzen dann muss man sich doch relativ schnell zurück ziehen weil den einen oder anderen Stich muss man dann leider aushalten ja und das Nest das habe ich nicht in meinem Garten sondern in einem Garten von Bekannten gefunden bei mir in der Nähe auf dem Hochsitz von dem Jäger bei mir ein Hornissen Nest und der hat dann im darauffolgenden Jahr Hornissen Kästen aufgehängt damit ihm das nicht wieder passiert und der ganzen Sommer seinen Hochsitz nicht nutzen kann hier kann man schön sehen dass die Königin schon fleißig war in der Mitte in den Waben liegen schon die ersten Eier und in dem ganzen Nest ist reges Treiben und auf diesem Foto rechts oben sehen wir die Königin ist doch ein beträchtliches Teil größer als die Arbeiterin Das ist dieses besagte Nest aus dem Hochsitz das habe ich dann im Herbst rausgeschnitten haben und in die Schule gebracht haben wir das aufgeschnitten und da kann man dann schön diese Etagenbauweise nochmal sehen hier nochmal ein paar Fotos von der Außenhülle eines Hornissen Nestes hier mit Lüftungsschächten damit die Temperatur im Nest immer gleichbleibend ist ja und so ist das Nest dann schon fast fertig und auch die Hornissen mochten dann nicht mehr so richtig mit mir arbeiten die wurden dann nämlich auch leicht aggressiv weil ich auch angefangen habe zu blitzen und da musste ich mich dann doch relativ schnell zurückziehen aber ein Foto vom ganzen Nest habe ich dann doch noch gemacht das ist so ungefähr 60 Zentimeter hoch und ja 30 Zentimeter so ungefähr im Durchmesser ja kommen wir wieder im Garten mit einem kleinen Feuerfalter hier mit geöffneten Flügeln und in meinem Teich sind die Frösche doch recht zahlreich vertreten kleinere und größere ja aber die müssen auch verhut sein hier haben wir nochmal eine Schnecke weil die Ringelnatter besucht häufig meinen Teich und ich denke mal den einen oder anderen Frosch wird sie da auch erbeuten ja der Mon ist abgeblüht aber als Fotomotiv taucht er eigentlich immer noch ja und hier haben wir dann eine Messingäule und wenn man sich die von vorne anguckt dann ist die irgendwie so ein bisschen auch krawallgebürstet habe ich so das Gefühl sieht schon irgendwie beeindruckend aus ja im Borrets fühlen sich dann wieder die Honigbienen wohl hier haben wir dann mal einen Happelschwärmer ja und diese beiden Raupen die auf meinem Salat saßen die konnte ich leider auch nicht so richtig bestimmen meine sind Spannerraupen aber welche das weiß ich nicht dafür kann ich die gut bestimmen der große Kohlweißling die Raupen hatten auf meinem Kohlrabi sichtlich Appetit ja und auf dem Salat saß der kleine Kohlweißling und hat sich meinen Salat schmecken lassen ja und jetzt kommen wir schon zum Spätsommer der Igel lässt sich die Zwetschen äh schmecken äh schmecken und das Salzbrett Stil mag die Zwetschen auch ganz gerne ja auch der Admiral findet das ganz toll ja und die Wespen die mögen mein Wein genauso wie ich auch wenn man da nicht aufpasst dann ist die Weinerde äh ganz schnell von den Wespen aufgefressen ja und die Sonnenblumen sind fleißig am blühen das finden die Hummeln toll aber auch das Dachfrauenauge nachher im Herbst und Winter hat man dann was für die Vögel hier sonst noch mal ein Admiral an meinem Schuppen ja und meine Lieblingsblume die Dahlien die sind zwar nicht unbedingt für Insekten das Richtige aber fürs Auge äh und zum Fotografieren müssen immer ein paar von den Blumen bei mir im Garten stehen ja und dann kommen wir zur Apfelernte da ernte ich dann auch nicht immer so ganz alleine die Marienkäfer sitzen dann teilweise auf den Äpfeln oder aus den Äpfeln selbst kommt dann auch mal jemand raus und sagt Hallo hier sonnt sich eine Heidelibälle auf dem Apfel zum letzten Sonnenlicht noch aber auch Schnecken fühlen sich drauf wohl ja mit der Laubfärbung zieht dann der Herbst im Garten ein die ersten Nachfaste äh bringen dann Raureif hat man wieder ein bisschen interessante Motive und im Gras an der Grabenkante findet man ab und an mal ein paar Pilze und im Garten Die Salis ist eigentlich ein schönes Bild ab. Hier an den Vogelbeeren sind dann die ersten Vögel. Zuerst sind Stare, ein Bergfink, der sich die auch schmecken lässt. Dieser Kolterdrossel. Die Rotdrossel. Ab und an lässt sich dann auch mal der Sperber sehen. Mittlerweile liegt bei mir immer ein Fotoapparat mit einem Teleobjektiv im Wohnzimmer, sodass ich dann immer mal vom Balkon aus schnell Bilder machen kann. Weil auch der Seidenschwanz war mal zu Besuch. Kommt ja aus Skandinavien zu uns. Ja, im Winter bleibt ja das Rotkirchen bei uns, sodass man da auch mit Raureif und Ähnlichem was machen kann. Und hier haben wir dann richtig Raureif. Die Rotdrossel sitzt im abgeernteten Baum. Und auf dem Baum daneben ist dann doch noch ein bisschen was zum Fressen. Und das findet auch die Wacholder-Drossel. Ja, das ist mein Teich. Nicht groß. Aber so das eine und andere lässt sich da ganz gut fotografieren. Da sind wir dann schon im Winter. Ja. Im Maschendraht hat sich der Raureif verpangen. Auch ein bisschen Schnee. Ja, und in meinem kleinen Gewächshaus an den Scheiben hat man dann tolle Eistöste, die man in den Morgenstunden dann fotografieren kann, bevor die Sonne die alle wieder wegfrisst. Da sind manchmal schon interessante Strukturen dabei, die man dann so vorfindet. Ja, das sind alles Fotos von aufgefrorenen Scheiben. Und wenn dann ein bisschen Schnee gefallen ist, dann hat man tolle Eistristalle. Ja, jetzt kommt vielleicht die Frage, was das denn? Das ist eine ganz einfache Seifenblase, die ich in meinem Halbhaus, kann man in der Spiegelung vielleicht erkennen, aufgeblasen habe und auf kleinen Schneeklumpen gesetzt habe. Weil man mir mal erzählt hat, da kann man ganz tolle Bilder machen. Wenn wir jetzt ein bisschen weiter gucken, dann muss ich sagen, es hat viel Spaß gemacht und sind traumhaft schöne Fotos geworden. Ja, das Ganze hält sich dann so ungefähr ein bis anderthalb Minuten und dann zerplatzen die nicht, sondern sie schrumpeln so langsam in sich zusammen. Ja, mit diesem Foto möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, ich habe dieses Jahr von meinem großen Bostkorb ungefähr 100 Liter Apfelsaft gemacht. Da liegen ein paar Pfirsiche und ein paar Birnen und ein paar Äpfel. Das reicht eigentlich. Und das mache ich jetzt schon seit einigen Jahren, weil ich einmal die Wespen von meinen Bienen fernhalte, aber eben auch von meinem Balkon. Also der Garten ist in etwa 1200 Quadratmeter groß, wobei ich sagen muss, die Hälfte davon hat mein Sohn mit den Enkelkindern. Da ist also Rasen und Ähnliches. Und die andere Hälfte habe ich, wobei davon ungefähr zwei Drittel für Gemüse und so und ein Drittel ist Chaos. Da sind eben Blumen und alles Mögliche. Und da sagt dann der eine Oh Gott, Oh Gott und der andere sagt ein Paradies. Und ich muss auch sagen, dieses Drittel ist wirklich ein Paradies. Da kann ich stundenlang fotografieren und immer wieder neue Sachen entdecken. Ja, das ist eine Olympus, OM-DM1 und eine Mark II dazu. Und 60 mm Makro. Die Olympus ist ja eine Mikrofasseur-Geschichte, also wo ich praktisch einen zweifachen Kopffaktor habe zum normalen Kleinbild. Das ist dann eben halt das 60 mm Makro und 120 mm zum Kleinbild. Und eben halt ein 300 mm, das ist dann auf Kleinbild berechnet, eben 600 mm. Und die Aufnahmen sind alle aus der Hand gemacht. Bis auf die Aufnahmen von den Westen und von den Hornissen am Nest. Da habe ich geblitzt, weil das einfach zu dunkel war. Aber ansonsten arbeite ich ungern mit Blitzlicht. Ja, ich hatte dieses Jahr das erste Taubenschwänzchen, das ich leider nicht fotografieren konnte. Das habe ich dann woanders machen dürfen. Aber zwei Stück habe ich bei mir im Garten gesehen. Ja, eigentlich ganz primitiv, sage ich mal. Ich habe mir einfach ein Rechteck gebaut aus dicken Brettern. Und bin angefangen und habe Dosen genommen, wo ich Filfhalme reingesteckt habe. Oder reingemacht habe. Da bin ich dann wieder von abgegangen, weil die unteren Filfhalme häufig einmal angefangen haben zu schimmeln, weil das Wasser sich da in den Dosen gesammelt hat. Ich habe dann bei mir noch so kleine Stücke oder Reste von einer Regenrinne gefunden, so Kunststoff. Und habe die dann genommen. Da kann das Wasser eben halt hinten gleich wieder raus. Und die Filfhalme, die ich genommen habe, die sind eben halt von diesen Filfmatten, von denen ich gesprochen habe. Da habe ich ein paar mehr noch von. Und dadurch, dass die so alt und trocken sind, kann man die mit einer ganz feinen Säge sägen. Und dann splittern sie eben nicht. Wenn man eine Schere nimmt, dann splittern die Heime. Ja, ich habe so ein kleines Hochbeetchen mir gemacht mit einer Steinmauer und Steinhaufen und eben eine Fläche mit Sand. Aber da ist das Ganze noch nicht so richtig angenommen worden. Vielleicht habe ich was verkehrt gemacht, weiß ich nicht. Aber start being so garansich. Vielleicht nicht so richtig an��. ransport.com Dann starte ich einfach sehr interessante. Dann starte ich mit Sand. Dann starte ich mit Sand. Dann starte ich mit verkehrt. Vielen Dank.